Ja, das ist schon der Plan. Hallo, wo wollt ihr denn hin? Hallo, da drüben gibt es nur Lasagne. Und Rettung. Na, Fertiggerichte. Entschuldigung. Reisgegrünte Lasagne. Also, sollen wir jetzt noch eins spielen, oder nicht? Es wird mir langsam sein. Da musst du auch mal ein Stück rankommen, hier, Mutti. Los. Los, Mutti, komm hier vor. Schieb mal die Kutsche hier mit dem Getränkeunfall nach vorne. Ja, 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 ja. Die Größeren, guck mal, guck mal das da zum Beispiel. Sag mal Papa. Nein. Sag mal Papa. Papa, Papa, Papa. Kannst du was auch? Hallo, klein. Sag mal Papa. Wir kennen das schon. Das ist gemein. Das ist schon. Das nächste Stück geht ungefähr darum, wir sollen noch schnickchen. Du bist so dünnig, ich kann man eh kaum sehen. Los, komm, schnick. Na ja, lass sie doch. Die muss sich nicht durch den Schuhnern auf den Strahltisch preispringen, um nass zu werden. So, wir machen jetzt ein... Du kannst sie mal. Echt? Jetzt? Jetzt? Aber lass uns schon eins. Sie hat gesagt, sie setzt sich mal. Ja, das ist besser. Ja, hat er wieder falsch verstanden? Ja, ne? Schlimm, sowas. So ist das. Gibt's ja wohl gar nicht. Also ein Stücklein zu Ehren unserer Lieblingspflanze. Die heimliche... Was ist denn das? Hall, hall! Die heimliche ist eh egal. Jetzt sind wir nur noch zu sechst hier oder zu siebent. Oder mit dir zu zehn. Die heimliche, in der der Bühne wächst! Das Gänseblümchen. Nein! Wie könnte die wohl heißen? Moment mal, ich muss mal ganz kurz was Privates klären. Ratti, für gute Freunde gibt's doch einen... ...einen... ...einen CD-chen. Hier, du musst hierbleiben! Warte doch mal, ich will dir ein Geschenk machen. Ein Liebesbeweis, oder? Ja, danke! Ich will jetzt mit ihm hier sein. Sie will nicht. Komm mal bitte zu mir. Ich muss mich bei dir offiziell mal entschuldigen. Komm her. Abwarten, du bist. Geister Schüchter. Er liebt dich, wie genau sie sein. Komm doch mal her. Es war nicht so gemeint. Geister Schüchter. Geister Schüchter. Oh! Oh! Ein Stückelein, da gibt die Ratti guten Freunden. Einer ist keine Schleichwerbung. Wir haben hier verschiedene, viele CDs von uns. Bitte, alle kaufen könnt ihr, schenk ich eine. Weil das in die Ratti-Ansage steht. Denn das nächste Stückelein, das geht um unsere Lieblingspflanze. Die heimlich, in der der Bühne wächst. Und bevor wir hier ein langes Gerate anfangen lassen, unsere Lieblingspflanze ist das allseits bekannte, bewohnt und berühmte Rotkästchen. Oder damit es auch das letzte Kindelein am Markt verstehen möge. Auf neu Latein! Unsere Lieblingspflanze ist... Vagina menstrualis. Alles! Das war's! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018